Der Lange und der Kurze auf Entdeckungsreise Der Theaterdirektor betrat mit einem jungen Mann das Theater. Es war noch früh am Morgen. Auf der Bühne hinter dem Vorhang öffnete der Direktor eine große Kiste und suchte unter den vielen unterschiedlichen Puppen zwei heraus. Diese beiden, der Lange und der Kurze, haben heute Nachmittag ihren Auftritt und brauchen noch etwas Farbe im Gesicht und auf den Haaren. Wird sofort erledigt, dann haben sie noch reichlich Zeit zum Trocknen, erklärte der junge Mann. Er verließ mit dem Direktor den Theaterraum und kam mit seinem Malkasten zurück. Schon nach kurzer Zeit war er mit der Arbeit fertig und setzte die beiden Puppen vor die Kiste. Gut seht ihr aus, jetzt könnt ihr trocknen. Der junge Mann packte seine Malsachen zusammen und verließ den Raum. Die Türen standen noch offen und der Lange meinte, »So eine Gelegenheit bekommen wir nicht noch einmal. Lass uns abhauen und die Welt da draußen erkunden. Hier ist es langweilig, jeden Nachmittag das Gleiche. Raus aus der Kiste, den Zuschauern was vorspielen, wieder rein in die Kiste.« Er sprang auf und schlich sich aus dem Theater. Der Kurze folgte ihm zögernd. Auf der Straße schaute der Lange unschlüssig in alle Richtungen. »Wohin nun? Nach rechts oder links oder geradeaus?« »Mir egal«, der Kurze hob die Schultern. »Also dann geradeaus«, entschied der Lange. »Wie weit gehen wir noch? Ich kann nicht mehr«, jammerte der Kurze. »Sieh mal, dort steht eine Eisenbahn. Da fahren wir mit und brauchen nicht zu laufen«, freute sich der Lange. Sie erreichten noch rechtzeitig den Zug, bevor dieser abfuhr. Begeistert sahen sie aus dem Abteilfenster, wie die Landschaft an ihnen vorbeizog. »Fahrkarten, bitte«, der Fahrkartenkontrolleur stand vor ihnen. »Wir haben keine«, stotterte der Kurze. »Dann könnt ihr hier nachlösen und bei mir bezahlen«, meinte der Kontrolleur freundlich. »Womit bezahlen?« Er kundigte sich der Lange. »Womit wohl?« »Natürlich mit Geld!« Der Kontrolleur wurde ungeduldig. »Geld haben wir auch nicht.« »Jetzt reicht es. Wo kommt ihr denn her? Vom Mond?« Der Kontrolleur verdrehte die Augen. »Wir kommen aus der Kiste«, flüsterte der Kurze und bekam von dem Lange ein Stoß in die Rippen. »Auch das noch, ausgebrochen seid ihr. An der nächsten Station steigt ihr aus oder ich muss euch der Polizei melden«, erklärte der Kontrolleur. »Polizei gibt es hier auch?« Der Kurze duckte sich und bekam von dem Langen wieder einen Rippenstoß. »Au!« »Dumpf euch noch obendrein!« »Macht, dass ihr rauskommt!« Dem Kontrolleur riss die Geduld. Der Zug hielt. Die beiden standen verdutzt auf dem Bahnsteig. »Rausgeschmissen«, jammerte der Kurze. »Na und? Mach doch nichts. Sieh mal, so was holen wir uns auch.« Der Lange zeigte auf einen kleinen Jungen, der aus dem Bäckerladen gegenüberkam und herzhaft in ein Brötchen biss. Sie betraten den Laden. Der Lange zeigte auf die Brötchen. »Zwei davon, bitte!« Die Verkäuferin reichte ihnen eine Tüte mit den Brötchen. »Vielen Dank!« Die beiden wollten den Laden verlassen. »Halt! Ihr müsst noch bezahlen!« hörten sie rufen. Sie sahen sich ungläubig an. »Schon wieder bezahlen? Wir haben kein Geld!« »Hier gibt es nichts zu verschenken!« »Verschwindet, ihr Gauner!« Die Verkäuferin nahm ihnen die Tüte weg. »Schon wieder rausgeschmissen!«, jammerte der Kurze. »Hör auf zu jammern! Wir werden uns schon Geld besorgen!«, tröstete ihn der Lange. Sie kamen an einen Garten, wo das Gras gemäht werden musste. Auf ihr Klingeln öffnete ein älterer Herr die Tür. »Brauchen Sie jemand zum Rasenmähen?«, fragte der Lange. »Kann nicht gut gebrauchen.« »Aber ihr müsst in einer Stunde damit fertig sein.« »Dann muss ich zu einem Termin.« »Ich werde euch gut bezahlen.« »Der Rasenmäher steht dort.« »Siehst du, wie einfach es ist, Geld zu bekommen?« »Wir mähen abwechselnd rauf und runter«, entschied der Lange. Nachdem jeder einmal rauf und runter gemäht hatte, zeigte der Kurze auf die Stachelbär- und Johannisbärbüsche. »Wir können eine Pause machen und die Bären probieren.« »Gute Idee!«, lachte der Lange. Nach einer Stunde stand der ältere Herr aufgebracht vor ihnen. »Was fällt euch ein? Esst meine Bären, faulenzt und habt nichts geschafft. Verschwindet, ihr Strolche!« Wieder auf der Straße schluchzte der Kurze. »Mir gefällt es nicht hier draußen. Im Theater hatten wir es gut. Ich will zurück in die Kiste.« »Hast ja recht. Wir gehen zurück. Dort unten ist ein Fluss. Vielleicht kommt bald ein Boot und nimmt uns mit«, überlegte der Lange. Sie kletterten die Uferböschung hinunter. »Da hinten kommt ein Kahn!«, freute sich der Kurze. Der Lange tippte ihm an die Stirn. »Kannst du ein Kahn nicht von einem Schwan unterscheiden?« Sie winkten beide aufgeregt. Und der Schwan schwamm zu ihnen ans Ufer. »Kannst du uns mitnehmen?« »Aber nur bis zur nächsten Brücke!«, nickte der Schwan. Er glitt langsam mit den beiden auf dem Rücken durch das Wasser. »Geht es nicht etwas schneller, dann schaffen wir es noch bis zur Nachmittagsvorstellung«, wollte der Lange wissen. Der Schwan drehte seinen langen Hals zu ihnen. »Wenn ihr schneller vorwärtskommen wollt, müsst ihr schwimmen.« »Oh nein, nur nicht schwimmen!«, beteuerte der Kurze. Da war schon die Brücke. »Endstation!« Die beiden kletterten an Land. Auf einer Bank an der Uferpromenade blätterte ein junges Mädchen in einer Zeitschrift. »Entschuldigung, wie kommt man auf dem kürzesten Weg zum Theater?«, erkundigte sich der Lange. Das Mädchen sah auf. »Immer geradeaus, dann die nächste Straße rechtsab.« Die beiden hatten es nun eilig. Beim Theater saß die Kassiererin schon an der Kasse. »Habt ihr Karten für die Vorstellung?« »Brauchen wir nicht!«, der Lange deutete auf das Plakat an der Wand. Die Kassiererin las. »Heutige Nachmittagsvorstellung.« Der Lange und der Kurze auf Entdeckungsreise. Darunter ein Bild von den beiden. Die Kassiererin nickte und ließ sie rein. Als die beiden endlich auf der Bühne standen, klopfen sie kräftig an die Kiste. »Aufmachen!« Der Deckel der Kiste öffnete sich ein Spaltbreit und der Hund Buffy spähte durch den Spalt. »Wir sind es! Lass uns rein!«, »Wir sind zurück!«, verlangten die beiden Ausreißer. Der Deckel ging hoch und sie kletterten in die Kiste. Die übrigen Pucken waren neugierig. »Wo wart ihr?«, »erzählt mal!«, »Wir haben einen Ausflug gemacht und viel erlebt.«, »Jetzt müssen wir uns ausruhen und eine Runde schlafen vor unserem Auftritt,«, erklärte der Lange. Der Kurze war schon erschöpft von der anstrengenden Tour eingeschlafen. Beide, der Lange und der Kurze, waren erleichtert, wieder im Theater in ihrer Kiste zu sein. Sie freuten sich nun auf ihren Auftritt, auf das Publikum und den Applaus. »Wir sind Sie nicht der